hallo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge bei mir ja ich habe euch gesagt mit face care hier ist mein bruder er zockt hier gerade clash royale ich kann das hier nicht okay wir machen hier einfach mal packs auf ich habe auch gesagt mit face cap und wir fangen einfach mit das ist mal kino rente konnte besser klappen aber ja das wort eigentlich nicht besser es kann auch eigentlich die packs können eigentlich besser sein aber die wir wollen eigentlich nicht besser sein deswegen der fit noch bei mir im sammeln das ist no way no way nein 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 ich krieg riverie hinterher pianet in form und ritter verrati obwohl ich schon habe in form aber egal das ist schon mal richtig geil okay ja ja klar klar das ist schon mal reißen als billig ist nicht so gut aber hier ist der fiesgewein was geht ich bin's hallo ich bin hier ich bin im fernseh ich bin gerade auch bei kopp oder nein ich bin doch gegen den immer komm ich weiß also ein ein walk hat oder beziehungsweise die von kann ja schon noch kaum jetzt nicht konnte ist ja richtig scheiße also dann weiß ich nicht sagen sag mal guck doch mal vor was so was vom krieg ja hier spielt der clash royale vielleicht wird der jetzt hier unentschieden vielleicht mit dir jetzt packup oder weiß ich mich nicht let's go ja er spielt gleich hier ist der ich meine packup oder hier ist der kommt rein also hier guck hier ja ja eine fresse aber ich gucke mir team auf die ich bin ein italianer ich bin alexander ja 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 man sie sieht mich jetzt kann ich aber nein ja ich darf jetzt nicht mehr runter machen weil ja was sieht man mich hat nicht das ist ja richtig scheiße jetzt ja es gibt mir schon die man sagen dieses video ja für kraft für kraft aha ja mein macht du zuhares 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 ja 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 Ich bin hier noch mal hier, das ist für Tia. um um hier war so lange mache ich mal schon Packs auf vielleicht mache ich noch eine halbe stream aber die soll nicht ja das wird diesmal so gehen ja du warst halt so decken oder dinge und ja das ist deswegen ich hatte die alle ich sie es ist ja nicht nur mein stream also mein komplettes das ist eh ich mein Gott ich tue es einfach so gut so dass ihr mich doch trotzdem sehen könnt und kommt der Wind vor du hast gekriegt Bruderbrunnen ist hässlich ne ja der ist eigentlich schon dumm Arnold wenn der Mensch jemand immer schon da bruch wir gehen in die Kommentare schreiben was er für Spieler meint Prozent nur wir machen drauf Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott und das ist auch so scheiße Wahnsinn ja aber hauptsache 2 Special Card was lachen warum lacht ich weiß ich kann ich keine Ahnung das ist doch keine Ahnung ja ja wo man steht lieber die Abonnenten ja abonnent meinen Kanal und die letztliche Kategorie Link in der Beschreibung und wir kriegen kohle kohle oh julus mali ich habe gleich jetzt gedrückt scheiße wollte ich noch zeigen ja ich wollte es euch noch zeigen ich denke immer solche dinge ja oder ja bitte groß ja jetzt dieser ist es groß toni groß die gab leider nicht ja das wäre besser die form hat da nur wird ja man ist ein wort kaut das eigentlich richtig gleich seine werte ja das ist schon geil was tut ich weiß gar nicht was er tut scheiße jetzt sein handy weg nehmen dann gucken was der macht macht irgendwas macht aber ich weiß gerade nicht was er macht ja das werden wir gleich auch dieses pack sehen es tut mir leid das pack opening ich weiß nicht trotzdem werde ich jetzt gehen und ja diesen pack ich habe keinen kommentar okay ja wir sehen uns dann bei diesem kommentar bei jemanden okay er hat irgendwo rum ich gehe jetzt rein und raten was du noch meine na mein hochdinger okay ja das ist meine ja abonniert diesen kanal pexgamer ich habe nicht geschrieben piqué ja ja weiß ich nicht vielleicht heißt der icon ich muss auch einfach auf dem diesen ding gucken nicht immer hier dass meine augen zu sehen sondern auch so gerade weiß deswegen ich will ja nicht dass man meine augen so sie okay okay dieses pack opening war jetzt nicht so gut aber wir haben echt recht gute infos gekriegt das ist hoffentlich der ja das ist es wie schon wieder ein kommentar ja wir sehen uns gleich bei dem kommentar das wo steht ist ja ich geh ja runter wie du hast du es gemacht ja das ist richtig wusstest ich ja ja bin ich doch ich geh ich gehe jetzt an und ich weiß nicht was ich was der geschrieben hat was davor hast du auch noch was davor und so das ist doch nur riesen lochis 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 hin vor lochis hin vor das ist so fort zurück tun wir nicht mehr so anscheinend wie gerade eben haben wir uns Ich hab gedacht, ne immer. Aber ich kann spielen. Ich werd's jetzt in die Kommentare schreiben. Irgendwann profitiert. Nein. Das gibt's auch so ein bisschen nicht. Gibt's, wenn du mit jemandem machst. Er wird jetzt in die Kommentare was schreiben. Ich weiß jetzt nicht was, aber das ist mein Bruder. Warum der ist. Uh, Obamia. Nice. Den hatten wir ja schon im letzten Video. Okay, er macht jetzt die Karte. Ich hab schon mal einen Riegel so gefügt. Äh, aber ich hab nix bekommen. Oh, du, oh, du. Boi. Ah, Sanja. Wieso kriegst du gar nichts, man, du schlaue Dubi? Weiß, weiß ich nicht. Oberfläche hat sich bei mir angehalten. Mal wieder. Okay, Lemos. Es konnte besser klappen. Ja, die Oberfläche hat sich wieder angehalten. Nice. Ja, das ist Leyva. Warum muss der denn unbedingt sein? Lukas Leyva ist nicht so der normale Kerl. Der ist immer so ein Eichhauen, Alter. Der hat lieber Respekt, Alter. Ich hab ein Messerbruder. Hier ist mein Messerbruder. So werde ich euch abstechen. Oh, Mann. Ah, das ist das letzte Pack. Das ist ja, Mann. Beziehungsweise unser zweitletzter Pack. Ne, ich bin, ey. Komm, bitte. Das wird ein neues Pack. Ich hab nur wenig Pack geöffnet, du. Okay, das war's mit dem Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt einen Daumen hoch. Über 10 Likes. Hätte mich sehr gefreut. Und ja. Gebt Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und die anderen Kanäle. Ja, und haut rein. Und ciao. Ey, YouTube zu machen ist richtig geil, ey. Ja. Den Kanonenspiel, sondern Multiplayer machen. Das ist die schöne. Du hast du mal Kanonenspiel für Multiplayer aus. Okay. Ich stimme doch immer auf. Ja, das war's und ja. Ciao.